Kann ich in Lillgator the Game da nach oben kommen, ohne von oben zu kommen? Zuerst probiere ich einmal auf den Baum zu steigen, doch dafür reicht die Ausdauer nicht. Dann hatte ich überlegt, ob ich das vielleicht verkette von dem einen Baum auf Baum 2 und vom Baum 2 auf Baum 3. Hat ganz knapp leider nicht funktioniert. Meine zweite Idee war es, ob ich es vielleicht schaffe mit diesem Schildglitch. Ich habe es ein paar Mal probiert. Beispiel. Dann hatte ich überlegt, weil ich ja auch eine Rage-Doll-Fähigkeit habe und ich mir die erschuftet habe, ob das vielleicht damit geht. Und ich habe irgendwie probiert hochzukommen und ich habe es dann sogar ein bisschen geschafft, was mich echt verwundert hat. Ich probierte nochmal den Baum hochzuklettern und habe dann mit dem Rage-Doll-Trick irgendwie das probiert, welches nicht funktioniert hat. Einmal dachte ich auch an die Wand, aber da hat es, soweit ich es mitgekriegt habe, ganz knapp nicht gereicht, bis auf ich gedacht habe, ich mache einen Schild-Jump und das dann geklappt hat. Das war es mit der Challenge. Falls ihr mehr Challenges sehen wollt, wie auch in Little Gator the Game, lasst doch gerne einen Follow da.